Ach man ey Meine sehr verehrten Damen und Herren Willkommen zu einer neuen Folge Von Rainbow Six Siege Mit dabei Rochenbogen, MG, PVB, Kevin Mayer Und der Fave Kurzname für Fabian Achso, der will hier kaputt machen Geh weg So Ich wurde entdeckt Ja, leck mich doch am Arsch Da wurde ich entdeckt, hör mal Was soll ich denn jetzt machen, ich geh raus Nein Okay Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert Macht euch angriffsbereit Erstmal ärgern, weißt du Wir kommen von da Ja Kaum sei ich Das weiße Prophezeiungs-Unit Hellseher-Unit Die geht echt da hin Ach shit Ich hab noch die Schritte gehört Ich hab mich noch gedreht Aber viel zu langsam Okay Zwei gegen eins Können wir so helfen Nein Boah super ne So viel Kamera Am Start Und dann sowas Dann gucken wir mal MG, PVP Da ist einer MG, PVP MG, PVP wurde gemessert Weil er am Nachlernen war Schade Erste Runde wurde geschenkt An die Gegner Mann Ich hasse aber auch Dings ne Zwei Bomben Egal Nehmen wir mal IQ Die blöde IQ Den hätte ich kriegen müssen Eigentlich Ich hätte genauer hinhören müssen Headset ist eigentlich auch voll laut Vielleicht muss ich auch am TV Apparat Sagt man das noch TV Apparat Oder ist das von Thomas Gottschalk So TV Apparat ist auch ein bisschen lauter Ich könnte Aber das wäre zu kompliziert Mischpult am TV und PC Das alles durch einen Master Sound durchgeht Das war eigentlich gut Und dann aber auch nicht Weil es gibt unterschiedliche Spiele Die sind mal lauter, mal leiser, mal lauter, mal leiser Warum erzähle ich euch das Ganze? Ja, weil Was soll ich euch noch erzählen? Lobby Vorbereitung Manchmal dauert das Manchmal nicht Manchmal schon Drohne hat eine Bombe lokalisiert Da sind wir wohl ein bisschen zu weit rausgefahren Obwohl nicht Ne, warte mal Das ist aber auch voll die Rocker Gangwixer Gegend hier Nichts da Mit dem Ding scanne ich elektronische Geräte Pfeilen, Bomben, etc Boah, Alter Warum gehen diese Pisser dann immer raus, ey Boah Da trägt doch einen auf, innerlich Ich meine, das ist Natürlich dürfen die rausgehen Ist nicht verboten Aber so ist das nicht gedacht Die müssen eigentlich instant angezeigt werden Wenn die rausgehen Mach ihn, mach ihn, mach ihn Jawohl Jawohl Da haben wir die beste Kamera gerade Und wer ist als einziger gestorben im Team? Ich Boah, leck mich doch am Arsch Da hat er sich gut geholt Weißt du, alle am Leben Wer geht drauf 1-1 Naja Noch mindestens zwei Runden Da kann man noch einen Kill machen Wenn man nass ist Guck mal, alle 1-1 2-1-1 Hass-Map Und dann noch Hass-Spielmus Mit den zwei Bomben Das läuft Heute ist mein Tag Jipi, Jipi, Jipi Schweinebacke Ah, vielleicht hätte ich die Schörse Aufstellen sollen Als erstes Ist immer empfehlenswert Warum kann ich keine Störse Aufstellen? Was ist das denn für eine tolle Dingsfunktion Jetzt? Hier kann ich Aber hier Ja, hier kann ich jetzt auch Komisch Es bleiben fünf Sekunden Der Stacheldraht ist verlegt Bombe vom Bieten entdeckt Stelle Willkommenswater Das Gerät ist vorbereitet Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert Mein Bett Muss Störsender voll sein Hey, geil Ich habe einen mitgenommen Gucken wir mal Bei MGPVP Hä? Was ist denn da passiert? Ja, guck mal, Alter Die haben eigentlich ein Team Der alles macht Ah, okay Ja, da kann man mal klatschen Da kann man mal klatschen Meine Klasse Matchball für die Gegner Das könnte jetzt alles hier vorbei sein Aber wir gucken mal nach Vielleicht Können wir das noch Drehen Wenn wir uns zum Beispiel Ein bisschen mehr konzentrieren würden Aber guck mal War es so wirklich so Wäre der nicht im Team Was für eine Stufe ist der? 106 Und Diamant 2 Oder ist das Patien, Platien oder Diamant? Dia Diamant ist das Also müsst ihr die haben Diamant 2 Ist das Und jetzt eure Drohne verwenden Um eine Bombe aufzuspüren Von wo ist er gekommen? Von ohne Eure Drohne hat eine Bombe gefunden Noch 10 Sekunden Noch 5 Sekunden Entschärfer wurde erneut gesichert Gelangt zu der Bombe und entschärft sie Haltet nach anderen Ausschau Ich wurde entdeckt Wo ist denn die Kamera nochmal Egal Achter Sehr nett Magazin wechsel Auch nett Ist er erstplatziert von den gestorbenen? Nein Ist er natürlich nicht Ah da 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 Ich habe deine Füße gesehen Komm nochmal War der das jetzt Ja Aber noch 4 Leben Ich weiß nicht wo der ist Da 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 Ah 4 Leben nur noch Junge Ja ey Was macht der andere denn da Meine Fresse Drei Leute hat er erledigt Heftig Ja wir haben verloren Zurecht Aber hey Ich habe mir noch einen geholt Das war es dann für heute Liebe Leute Macht's gut Tschüss Das war es dann für heute Das war es dann für heute